Und auch aus der Stadt Munderkingen Herr Richard Eib und Silvia Ivanovic, geborene Eib. Vielen Dank. Vielen Dank. Aus der Stadt Kullingen darf ich begrüßen Hedwig Eib. Vielen Dank. 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 . Vielen Dank. . Vielen Dank. Vielen Dank. . Vielen Dank. . Vielen Dank. . Vielen Dank. 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 Ich wünsche dir unsere Freundin Frédéric, der sehr viel Zeit für die Feinde vorbereitet. Ich denke, dass er 15 Jahre für diese Feinde arbeitet. Das ist 15 Jahre, dass er die meisten Zeit verarbeitet hat, insbesondere die Nacht, weil er ist ein Abitur der Nacht. Er arbeitet nur die Nacht über all diese Recherche, die er in vielen Ländern gemacht hat. Es ist auch von heute, dass unser Village in Obotorch-Barbar wird, in vielen Ländern, auch in Amerika, das für ein kleiner Village mit 300 Menschen, ist eine sehr schöne Sache. Mein Freund Frédéric hat eine schöne Alsace. Ich wünsche dir, dass in fünf oder zehn Jahren, dass wir nach uns zurückkommen sind. Vielleicht wird Frédéric das mal zu machen, eine gleiche Fête, noch mehr grandiose, und wir begrüßen ihn für alles, was er für uns gemacht hat. Danke und gute Nacht. Er war ein Humanist und Humanisten sind ja sehr gescheite Leute. Er muss aber ganz unheimlich gescheit gewesen sein, denn auf der Rückseite steht Dank für das Eib-Eib-Treffen 1986. Und als letzter Gast möchte ich noch, habe ich eine Etikette übrig, und die muss ich mir selbst anhängen. Die ist von meiner verstorbenen Mutter seit Sonntag, die heute mit uns den 85. Geburtstag gefeiert hätte. So, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind ein bisschen an das Ende gekommen mit der Vorstellung der beiden Herrschaften. Ich hoffe, dass ich niemanden vergessen habe. Wenn ich jemanden vergessen habe, bitte teilt es mir sofort mit. Etiketten fehlen. Es sind drei aufgeschrieben, die werden nachher dann überreicht. Wenn ich jemanden vergessen habe, bitte meldet euch. Ich kann nicht, denn mit so vielen Leuten und so vieler Korrespondenz muss mal etwas dazwischen kommen, das nicht klappt. Ja, in einer Minute ist das Interview, ich soll übersetzen. Können Sie das Baby nehmen? Du solltest das Baby nehmen. Nehmen, so. Wie alt sind Sie, Herr Eib? Wie alt sind Sie? Ich bin 86 Jahre. Ja. Und Viola? Viola ist neun Monate. Sie sind die Älteste? Die Älteste? Ja, ich bin der Älteste. Ja. Was arbeiten Sie? Ja, ich bin Rentner. Ja, jetzt, aber... Ich war Landwirt. Ja. Und von wo kommen Sie? Von Mittelfranken, aus Bayern. Und Viola, von wo kommt Herr? Aus Kirchheim bei Stuttgart. Und ist das das erste Mal, Sie kommen in Elsass? Ja, ja. Das erste Mal. Das erste Mal hat sie ein Kinderausweis gebraucht. Ach, der kann ich noch? Der ist sein Bruder. So, ha. Ja, und der Vater ist es. Ja, guck mal. So, hey. Ist das der Jüngste da? Jüngste, ja. Der der Älteste. Ja, ja. Auch ein Eberhard. Auch ein Eberhard. Auch ein Eberhard. Wir dürfen jetzt ein Familienfotos schalten. Ja, machen wir das. Haben wir das gesendet? Da ist ein Familienfoto. Bitte, bitte. Sehr schnell. Willst du auch noch was sagen? Ja, er hat gesagt, ich soll was sagen. Vertret die mich wirklich beim Familienfoto. Ja. Herr Eberhard, das ist wer, bei dir? Er ist mein Vater. Mein Vater. Und wel Alter hat er? Er hat 18... 86, ich glaube. 86 Jahre alt? Ja. Er ist der größte Jahre alt? Ja. Er ist sehr jung, in seinem Leben. Und Viola hat nur 9 Monate. Ja, ich glaube. Ich weiß nicht. Ja. 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 Herr Eberhard. Er ist ein Rätterer, aber er ist erst einmal ein Dr. in der Agriculture. Er hat geschrieben die Geschichte der Familie de Haib. Ein Buch wie das. Er hat 4 Fils. Der 2. ist mein Marie. Danke. Das ist für mich. Also, Herr Heib, du hast... Das Mikro ist in der Karte. Also, Herr Heib, du hast es geschafft, 250 Personen de votre Familie. Das ist ein Erfolg. Ein bisschen fantastisch. Ja, das ist eine erste, ich denke, für Alsace. Denn ich bin ein bisschen die Ausatung, wie es passiert in den Jahren passiert. Ich glaube, dass ich ein bisschen das score für mich wollte. Ich arbeite seit 15 Jahren auf die Familie-Familien-Recherde, in Europa, in den USA. Und ich bin gekommen, als eine erste, für eine erste, 250 Personen. Ich denke, in ein paar Jahren, zu machen, das double. Für uns zu sagen, in den letzten Jahren, die Familie-Familien-Recherde, und daitungter-Gübens, die Familie-Familien-Recherde, als wir eine dritte, 193 Jahre, in den 1536 Jahren, der Familie-Familien-Recherde, die Familie-Familien-Recherdeahdebräuze-Familien-Recherde, und dass wir ihm auch dürfen, das sein Königier-Recherdee'reslie-Recherde, Ausatung und der Rosie-Ettemberg der Kindheit. Und wie eine Geschichte, die Familie ist für diese Familie, die Familie-Familie-Familien-Recherdehde, die Familie-Familien-Recherdee показate zum 12-jährigen Fakilien-Recherdeaune. Als 1165-Recherde, mit della Orkunde. – Mais alors, pourquoi vous vous intéressez-vous tellement à cette idée de famille ? – Bah, cette idée de famille, je peux dire qu'une seule chose, c'est une espèce d'idéalisme, de fierté familiale qui m'a amené à faire cet exploit. Il n'y a aucune pensée arrière-politique ni religieuse, c'est une fierté familiale. – Mais en 1986, la famille, c'est quelque chose de presque désuet, les gens vivent ensemble sans se marier ou divorcent facilement. – Oui, exactement, exactement, je voulais venir à ce pute-là pour les rassembler, parce qu'on est venu à ce point-là, comme vous dites, que les gens ne se rassemblent plus, ne se marraient plus exactement, pour montrer qu'on est là, qu'on existe et que nos ancêtres étaient les mêmes pour nous tous qui se sont réunis ici. – Vous ne trouvez pas dommage que… pardon, vous trouvez certainement dommage peut-être que les gens ne vivent plus de façon aussi resserrée dans les familles ? – Exactement, c'est un peu dommage qu'ils ne vivent plus resserrer parce qu'avec ça, je voulais leur montrer à tous pour resserrer les liens qui se sont oubliés depuis des générations et des générations. – Mais vous ne pensez pas que plus tard, la famille va être complètement dissoute, cela ne va plus exister ? – Je n'ai aucune arrière-françée, comme je vous avais dit, politique ni religieuse, si elle va peut-être dissuée ou elle va peut-être même augmenter, mais j'essaie par tous les moyens de retenir que les liens restent ensemble. C'est pour ça aussi que j'ai sorti un espèce de bulletin avec un tour 1 dont un deuxième et un troisième vont suivre dans quelques années pour qu'on reste en liaison continuelle entre familles. – Alors on dit toujours que la famille c'est vraiment le lien de la société. Lorsque vous avez fait ces recherches, vous avez trouvé des familles en Alsace, en Allemagne, toujours la même famille ? – Ben disons que moi-même, je descends d'un ancêtre qui a démigré de l'Allemagne vers l'Alsace en 1817 et que nos origines sont complètement allemandes de l'autre côté de l'Allemagne. – Vous avez découvert peut-être des frères ennemis également ? – J'ai découvert des frères ennemis, j'ai découvert après tant de voyages depuis 15 ans chez des familles nobles, des familles burkhochian familiennes, comme on les appelle, qui ont laissé des enfants, des frères et des sœurs dans les deux dernières guerres qui se sont passées, la guerre de 14-18 et 39-45. – C'est-à-dire des Hybes du côté français ? – Oui, du côté français et du côté allemand, qui se sont compadus sans le savoir. – Ça tourne. – Avez-vous des célébrités dans votre famille ? – Oui, pour vous situer quelques-uns, partons des États-Unis. Aux États-Unis, le numéro 1, qui est le constructeur de la Jeep qui est très connu pendant la dernière guerre mondiale, Calvin Cyrus Haib. – C'est la Jeep qui a permis de battre les Allemands ? – Voilà, exactement. Monsieur était pendant ce temps-là le président directeur général de Willis Overland. – Et en Europe, vous avez des célébrités ? – En Europe, il y a assez de célébrités. Vous avez le premier pilote autrichien, le général-major Robert Haib. – Vous avez, dans les deux Haib, vous avez des célébrités qui ont fait leur truc dans le monde. C'est-à-dire, il y en avait quatre qui étaient chefs de la cour chez l'empereur. – Je suis content d'avoir une grande famille. – Je suis content d'avoir une grande famille. – Je suis content d'avoir une grande famille. – C'est bon pour le son. – Oui. – Je suis content d'avoir une grande famille. – C'est bon. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.